Hallo zusammen. Ja, da bin ich auch mal wieder. Heute aus Entschede und hier ihr sitzt hinter mir, Hangar 17. Also wir kommen jetzt hier auf so einem alten oder ehemaligen Flughafen und hier ist wohl ein riesiger Flohmarkt. Das haben wir gerade auch sehr spontan erfahren, als wir beim Ikea waren und da gehen wir jetzt einfach mal gucken. Es geht jetzt wirklich über eine stillgelegte quasi Start- und Landebahn hier und hier ist das wirklich riesig. Gezahlt haben wir jetzt pro Person 5 Euro Eintritt, aber das finde ich ganz okay, weil hier ist wirklich viel, viel los und ja, jetzt schauen wir uns einfach mal um, was es hier so schönes gibt. Ja, da bin ich auch mal. 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 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020